I.T.A. von Lothringen Gräfin im Klettgau, auch Ida von Metz ist die Stammmutter der Habsburger. Ihr Vorname kommt auch als I.T.A. vor und in der französischen Form I.D.A. Leben. I.T.A. war die Tochter von A. Diber II. Graf im Saargau aus dem Geschlecht der Martfriede und der Judith von Oenningen. Sie vermählte sich mit Radbord von Habsburg Graf im Klettgau, dem Erbauer der Habichtsburg. Sohn von Lanzelin von Muri und Ljotgara von Nellenburg. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor, Otto I., Graf im Sundgau, Albertus I. oder Adelbatti, Werner I. Richenzer von Habsburg, Lemniskate, Graf Ulrich II. von Lenzburg. Zusammen mit ihrem Mann stiftete I.T.A. im Jahr 1027 die Kasekundenkloster Muri, das als habsburgisches Eigenkloster mit Benediktinern von Einsiedeln begann. I.T.A. ist zusammen mit Radbord in der Klosterkirche Muri beigesetzt.